Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Infinite Box von Deep Purple. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Trade List und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Infinite von Deep Purple, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 20. Album der Band. Wir haben hier eine kleine kompakte Box. Wir werden mal das Ganze aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal aufschneiden. So sieht das Ganze dann aus. So, wir haben hier einmal unten links einen FSK 0 Sticker, bedeutet wir haben hier dann auch eine DVD mit dabei. Hier oben lesen wir den Bandnamen Deep Purple, darunter den Albumtitel Infinite. Und dann haben wir hier ein ziemlich heftiges Bild, also eine riesengroße Eisfläche und in dieser bewegt sich hier gerade ein Eisbrecher, der sich hier seine Bahn, seinen Weg erkämpft hat. Und der hat hier eine interessante Spur gezogen. Auf der einen Seite haben wir hier die Initialen der Band, also das D und das P. Aber auf der anderen Seite formen wir diese beiden Buchstaben auch hier ein Unendlichkeitszeichen, passend zum Albumtitel Infinite. Ja, ansonsten hier auf der Seite auch nochmal das Logo. Rechts ebenso, plus Band, plus Albumtitel, Logo und hier nochmal plus Band und Albumtitel. Okay, auf der Rückseite haben wir wieder das Logo und einen Sticker. Das Ganze ist erschienen über das Label Ear Music. Dann haben wir hier noch die Infos und einen Barcode. Ja, und weitere Eislandschaft. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier öffnen, also der Boxdeck ist abnehmbar. Und dann kommen wir zum Inhalt. Als erstes haben wir hier mit drin ein Shirt. Dann haben wir das Album an sich. Und das Ganze kommt hier in einem Digi-Pack. Jawohl, wir packen die Box wieder zusammen, von innen in weiß. So, als erstes starten wir natürlich wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, also Cover-Ident, wie auch das auf dem Boxdeck. Auf der Seite auch wieder zu lesen Ear Music, Deep Purple, Infinite, Katalognummer und Logo. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 10 Tracks an der Zahl. Und die Bonus-DVD 90 Minuten, From Here to Infinite. Dann Barcode, Label und hier wieder die Infos. Dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier so aufklappen. Ups, hier hat sich die eine CD bzw. DVD gelöst. Dann machen wir wieder rein. Also, das ist hier nochmal der Eisbrecher. In diesem Fall sehen wir hier das Deck. Und hier in der linken Tasche haben wir wie immer das Booklet. Schauen wir uns mal an. Also auch hier nochmal der Eisbrecher zu sehen. Dann die 5 Herrschaften hier. Die Bandmitglieder, die alten Herren hier im Eis versammelt. Die Tracks einzeln hier abgetippt. Also die Lyrics hier komplett erfasst. Und generell das Booklet sehen wir hier, also vom Artwerk her, sehr eislastig. Entschuldigung. So, weiter geht's. Die 5 Herrschaften haben hier sogar Schlittenhunde mit dabei. So Huskies. Und weiter geht's mit den Lyrics. Hier bricht gerade so eine riesen Eislawine los. Also so ein großer Teil von einer Eisscholle, der hier irgendwie abbricht. Das sieht echt heftig aus. Weitere Lyrics. Ja, also. Jede Menge Eis ohne Ende Eis. Die Band. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Und dann hier noch eine umfangreiche Danksagung. Und das war's soweit. Ja, das ist soweit zum Booklet. Packen wir wieder mit rein. Und kommen direkt zu der CD. Das ist die Album-CD. Das sieht so aus wie so eine Schiffsschraube, wie so ein Antrieb. Und dahinter haben wir eine Eislandschaft. Und zwar angelehnt an dieses berühmte Bild aus den USA. Ich glaube Mount Rushmore ist das. Haben wir hier die Gesichter der Bandmitglieder im Eis verewigt. Ja, alle fünf hier wunderbar im Eis mit drin. Dann die DVD. From here to infinite. Ab null Jahren freigegeben. Also das Ganze hier die DVD. Und diese haben wir natürlich auch den Sticker auf der Box zu verdanken. Packen wir wieder das Digi-Pack zur Seite. Und als nächsten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt mit dabei. Das Ganze kommt hier in Schwarz. Und wir haben hier den Aufdruck. Das sieht mir so nach Glitzer bzw. Dunkelgrau aus. Also es reflektiert, es schimmert so etwas. Und ansonsten hier ein Dunkelgrau. Kreisförmiger Aufdruck. Hier wieder mit dem DP. Gleichzeitig auch dem Momentlichkeitszeichen. Und auf der Rückseite das Ganze komplett in Schwarz. Jawohl. Bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Soft Style in der Größe L. Das Ganze war meines Erachtens Unisize. Also Größe war nicht auszuwählen. Und eine 100% Baumwolle made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fasst wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Und das Album im Digipack Infinite mit insgesamt 10 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Infinite von Deep Purple. Und wenn euch das natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deep Purple unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.